Hallo meine lieben Digierter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen K-Demo-Event-Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Update vom 27. September 2023. Was das Ganze beinhalten wird, schauen wir uns wie immer mit den Updates, Events und Promotions gemeinsam an. Und nach vielen Monaten ist es jetzt dann endlich soweit. Mega Gargomon Shin oder Mega Gargomon Awaken, wie das hier in diesem Fall dann heißt, ist auf K-Demo heute erschienen. Nachdem seit vielen Monaten kein neues Digimon mehr rausgekommen war, ist jetzt heute Mega Gargomon Awaken dann endlich rausgekommen. Persönlich finde ich es ein bisschen schade, dass sie mit Mega Gargomon zuerst gegangen sind und nicht mit Sakuya-Mon. Aber gut, das wird dann auch nochmal in Zukunft dann irgendwann kommen. Und zwar sieht das Ganze dann so aus, dass Mega Gargomon Awaken auf die normale Terri-Mon bis Mega Gargomon-Leine dann ebenfalls hinzugefügt wird. Als zweites separates Burst-Mode. Und in dem Fall parallel zu Black Mega Gargomon in diesem Fall. Allerdings, Mega Gargomon Awaken ist in diesem Fall stärker als natürlich Black Mega Gargomon. Denn Mega Gargomon Awaken in diesem Fall ist ein Rang Triple S Digimon. Evolution Level ist in diesem Fall Level 70. Vaccine ist sein Grundattribut. Stil oder beziehungsweise Stahl ist in dem Fall sein Elementattribut. Und seine Family Attributes sind genauso wie bei dem normalen Mega Gargomon. Virus Buster, Metal Empire und Nature Spirits. Und um auf seine Stats hier zurückzukommen. Diese sind in diesem Fall HP 9090, Digi-Soul 2550, Defense 248 und AT 3293. Und dann haben wir noch seine Skills. Einmal die F1 Saint Tackle. Diese ist in diesem Fall ein Skill, der mit 13402 Damage bemessen ist auf der Grundstufe 1, also auf der Skillstufe 1. Dann haben wir die F2 Giant Missile. Diese hat einen Damage Wert von 39.052. Und dann haben wir noch die F3 Burst Shot. Das ist in dem Fall sein Haupt Damage Skill. Dieser macht einen Damage Wert auf der Stufe 1 von 128.594. Und hier steht auch noch mit dabei, This is a technique that disables the enemy for a certain period of time. Was zumindest für mich danach klingt, ohne das jetzt ganz genau zu wissen von K-Demo, als ob auf dieser F3 ein Stun drauf wäre. Also disabled den Gegner. In diesem Fall würde das eigentlich bedeuten, dass da ein Stun auf diesem Skill ist. Was natürlich das Ganze nochmal deutlich interessanter machen würde, dieses Digimon dann zu verwenden, weil das natürlich dann sehr starke Utility dann hätte. Ich weiß allerdings noch nicht, wie die Skill Cooldowns und solche Sachen aussehen werden und auch nicht die zusätzlichen Stats wie CT, also Critical Hit Rate, Hit Rate, AKHT, EV, Elevation. Das sind so die unnatürlichen Attack Speed. Da weiß ich zumindest jetzt noch nicht, wie die bei Mega Gargomon Awaken dann in dem Fall aussehen. Aber die Stats, die hier schon aufgelistet sind, die kann man zumindest schon mal vergleichen mit seinem, ja in dem Fall aktuell einzigen Gegenpart im Spiel. Und das ist in dem Fall Galantmon Shin. Wenn wir das Ganze mal betrachten, Galantmon Shin hat mehr Base HP als Mega Gargomon Awaken. In diesem Fall um die, ja, oder beziehungsweise genau 660 mehr Base HP, was sich dann natürlich auch in den Max-HP hier dann, also den 140% und dann gut aktualisiert, dann natürlich 140 dann hier auswirken wird natürlich noch. Also da muss man natürlich in diesem Fall mit einem niedrigeren Wert rechnen als 14.880. Gehen wir davon aus, dass es eher so in die Richtung 13.000 irgendwas in dem Fall dann geht. Also 13.900 vielleicht oder knapp. So am Anfang von 14.000 vielleicht auch noch, aber viel höher wird es dann höchstwahrscheinlich nicht sein. Ich weiß allerdings auch noch nicht, welchen Attack-Type Mega Gargomon Awaken in diesem Fall haben wird. Also da müssen wir das Ganze noch abwarten. Davon hängt er dann auch noch ab, falls er zum Beispiel Defender sein sollte, was ich aber persönlich eigentlich nicht vermute. Aber bei uns ist er zumindest in der normalen Variante, also das normale Mega Gargomon ist ja bei uns Defender. und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn er dann ebenfalls Defender bei uns wird. Auf K-Demo hat er aber eigentlich, glaube ich, ein anderes Grundattribut. Aber wenn er Defender sein sollte, wird er natürlich mehr HP pro Levelaufstieg dann bekommen. So, Digi-Soul haben wir ebenfalls bei Galant Mon Shin. Einen, ja, in dem Fall aber nur minimal höheren. Hier haben wir 2610 Base und hier in dem Fall 2550. Beim Attack-Wert, da sehen wir auch, dass da Galant Mon Shin einen kleinen Vorteil hat, mit 3316 im Vergleich zu den 3293 von Mega Gargomon Awaken, was aber in dem Fall dann einfach bedeutet, dass die Werte sehr ähnlich beieinander sein werden, trotz dessen. Also da hängt es dann auch nochmal vom Attack-Type ab natürlich, aber ein Mega Gargomon Awaken wird auch wahrscheinlich so in diesem 4.500er, 4.600er Bereich dann liegen, was den AT-Wert betrifft, oder halt knapp unter 4.700 dann höchstwahrscheinlich. Je nachdem, welchen Attack-Type er dann offiziell haben wird. Und auch wenn wir die Skill-Damage-Werte vergleichen, also bei der F1 haben wir 13402, bei Galant Mon Shin haben wir in dem Fall 16082, was in dem Fall auch noch ein Vorteil für Galant Mon Shin, zumindest was den Damage-Wert betrifft. Cooldowns und Dissolverbrauch in dem Fall wissen wir noch nicht. Also zumindest habe ich diese heute noch nicht finden können. Die F2 mit 39.052, da hat Mega Gargomon Awaken einen kleinen Vorteil von ca. 6.000 Damage gegenüber der F2 von Galant Mon Shin, aber da wissen wir, wie gesagt, ebenfalls nicht Cooldown und solche Sachen. Und die F3 First Shot 128.594 ist in diesem Fall ja auch hier etwas niedriger als der von, aber auch nur in dem Fall minimal vergleichsweise niedriger. Also das sind wirklich nur ca. 5.000 Damage-Unterschied hier in dem Fall. Na, mal gucken, wie sich bei ihm das Ganze dann auswirken wird in dem Fall. So, wie kann man an Mega Gargomon Awaken denn jetzt dann rankommen? Man braucht das Matrix Evolution Saint Gargomon, also Mega Gargomon Item, dann um den Evolution Slot zu aktivieren. Das Matrix Evolution Mega Gargomon kann genauso, auf dieselbe Art und Weise, nur erworben werden, wie das Item für Galant Mon Shin, und zwar durch Data Summon Tickets Epic. Und damit dann dementsprechend natürlich Data Summon Epic in dem Fall. Und natürlich hat er auch einen Ride Mode. Dieser kann mit einem Shop Item, wie immer, aktiviert werden. Dieser heißt in dem Fall Saint Wing und kann ganz regulär im Cash Shop erworben werden. Bei uns wird er höchstwahrscheinlich dann wieder 48 Crown, dann denke ich mal, kosten. Und was hier aber auch noch extremst wichtig zu erwähnen ist, und zwar das, was hier in Rot steht. Das existierende Modell vom Mega Gargomon, also das normale Mega Gargomon, also in dem Fall das normale Mega Level, nicht das Mega Gargomon Awaken, sondern das normale Mega Gargomon, da wurde das Modell zu demselben Modell geändert, wie dieses neue Mega Gargomon Awaken. Da weiß ich allerdings nicht, ob dann da in dem Fall dann auch noch die Aura-Effekte oder sowas dazukommen, sondern hier geht es rein um das Modell, dass das Modell von Mega Gargomon jetzt dasselbe ist, wie dann das neue Mega Gargomon Awaken. Was in dem Fall genau das ist, eigentlich wie es dann sein sollte, finde ich. Und das können Sie auch gerne für die anderen Shin-Varianten gerne so übernehmen, dass die regulären Varianten von den Digimon, also die Non-Shin- oder Non-Awaken-Varianten, ebenfalls dieselben Modelle haben wie die stärkeren Varianten. Die stärkeren Varianten allerdings dann mit einem, wie in dem Fall dann mit einem Ride-Mode kommen, was das normale Mega Gargomon in dem Fall nicht hat. Und aber auch mit dem höheren Rang, höheren Stats und diesen Sachen, also schon Sachen, die sich dann trotzdem lohnen, um diesen Slot dann auf dem Digimon zu aktivieren. Aber dass die Leute, die das zum Beispiel dann nicht machen können, dann trotzdem nicht leer ausgehen und auch da ein aktualisiertes Modell für Mega Gargomon dann in dem Fall bekommen. Können Sie, wie gesagt, auch gerne bei den anderen machen, ebenfalls bei Galat Mon Shin, dass das Galat Mon Shin-Modell auch für das normale reinkommt. Aber das Bessere natürlich, die an anderen Skills hat, stärkere Skills und natürlich auch höhere Stats, höheren Rang und diese Sachen. Das wäre auf jeden Fall der beste Weg, um das auch in Zukunft dann fortzusetzen. Und wenn Sie das hier bei Mega Gargomon schon gemacht haben, dann hoffe ich mal, dass Sie das bei Sakuya-Mon dann ebenfalls so machen werden. Was in dem Fall auch, wie gesagt, eine sehr coole Sache ist, weil das neue Mega Gargomon Awaken hat ein Modell, was Schwebe-Animationen hat. Also in der normalen Animation, also wenn das einfach herumsteht, hat es eine Schwebe-Animation. Wenn man auf ihm reitet, also quasi auf dem Ride-Mode, dann hat er auch eine Schwebe-Animation. Und auch während seiner ganzen Angriffe hat er Schwebe-Animation. Also das ist in dem Fall, was das normale dann ebenfalls dann haben wird. Da gehe ich mal davon aus, dass die, aber das steht ja nicht extra mit dabei, also dass die vielleicht für die beiden Skills, die das normale auch hat, die Damage-Werte und sowas gleichgelassen haben, den Effekt natürlich dann vielleicht nicht von der F3 dann da noch mit dazu gepackt haben, aber dass sie zumindest da auch dann die passenden Animationen dazu dann übernommen haben. Aber da steht hier, wie gesagt, nicht extra mit dabei. Da müssen wir natürlich dann abwarten, wie das dann aussehen wird. Aber meine Hoffnung wäre das auf jeden Fall, dass das auch ebenfalls der Fall wäre. Aber da könnt ihr mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob die, ob das hier, wie gesagt, zumindest, wie gesagt, ich sehe das Ganze ja als wirklich gute Sache, dass sie auch das normale Mega-Gargomon mit dem neuen Modell versorgen und das neue dann dementsprechend davon dann eine stärkere Variante dann nochmal ist mit einem separaten Ride-Mode. Aber ansonsten in dem Fall, für die Leute, die nur die neue Optik haben wollen, bekommen die diese auch auf das normale Mega-Gargomon in diesem Fall. Aber ja, da, wie gesagt, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. So, dann haben wir noch ein paar Improvements to the Playing Environment. Da gibt es dann jetzt wieder drei neue kleinere Verbesserungen für das Spiel. Und zwar, Verbesserung Nr. 1 ist in diesem Fall, dass man jetzt Scanning und Retrieval von mehreren Items zur selben Zeit machen kann. Also, die haben das System so erweitert, dass man da jetzt dann mehrere Items gleichzeitig reinpacken kann. Also, wahrscheinlich in dem Fall mehrere verschiedene Items. Da wird man dann wahrscheinlich ein paar Slots haben, die man dann befüllen kann. und dann startet man den Scan-Vorgang. Und wenn man den Auto-Registration-Button drückt, also den, dass automatisch Items da reingefüllt werden sollen, dann werden diese automatisch hinzugefügt, wenn diese gescannt oder retrieved werden können. Da muss man natürlich ein bisschen, wie aber auch aktuell, dann immer aufpassen. Gerade, wenn da jetzt dann mehrere Slots verfügbar sein sollten, wo man dann Sachen scannen oder retrieven kann, dass da nicht aus Versehen Sachen drin landen, gerade bei mehreren Items, die man gar nicht reinpacken möchte. Also, da müssen wir das Ganze dann mal schauen, wie das dann funktioniert. So, Improvement Nummer 2. Da wurde jetzt hinzugefügt ein Title-Button, also ein Achievement-Button, womit man dann über das Tamer-Information UI, also über das Tamer-Fenster, also C in dem Fall, also die Taste C, öffnet ja das eigene Charakter-Fenster von dem Tamer, den man spielt, mit Stats und so weiter alles, und da gibt es dann jetzt die Möglichkeit, darüber in das Achievement UI dann rüber zu gehen und dann den Titel zu wechseln. Was auf jeden Fall auch eine schöne kleine Änderung ist und dann gibt es noch die Verbesserung Nummer 3 und zwar, wenn man ein Digimon aus einem Deckbuff nimmt, also wenn man in der Deckbuff-Übersicht ist und da auf ein spezielles oder auf das ein Digimon klickt, was man gerne raussuchen möchte, also wo man mehr Infos dazu haben möchte, kann man über das Digimon dann anklicken, direkt dann in dem Enzyklopädie-Eintrag dann landen. Auch hier wieder eine kleine, aber feine Änderung, aber die anderen beiden sind definitiv die interessanteren von den dreien. So, dann kommen wir zu den Events und zwar Event Nummer 1 in dem Fall ist Awakening Giant Machine bedeutet in diesem Fall natürlich wie bei jedem neuen Digimon Release, was ein Cash-Shop-Digimon betrifft, da sind die Grundstats, HP, Digi-Soul, Defense und AT und die Damage-Werte von den Skills für den Zeitraum des Double-Stat-Events dann verdoppelt, was in diesem Fall dann wieder vier Wochen sind und genau, dann gibt es aber auch noch, wenn man Mega-Gargomon Awaken dann während des Event-Zeitraums, also innerhalb dieser vier Wochen dann haben sollte und damit dann zu dem NPC-Engineer Datamon im DATS-Center dann geht, also einem Event-NPC, dann kann man die Sub-Quest Awakening Giant Machine annehmen und, also wenn man einen Mega-Gargomon Awaken hat und das dann auch wahrscheinlich dann draußen hat. Und dann kann man sich dort das Achievement des Strongest Giant Machine abholen, was in dem Fall wieder ein Achievement, also ein Titel ist, der einem, wenn man das ausrüstet, Steel Attribute Skill Damage plus 10% gibt und die Digimon Hitrate um plus 500 erhöht. Dann haben wir Event Nr. 2 Appearance of a Giant Machine da haben wir dann wieder ein Summon Card Event das heißt, da gibt es dann den NPC-Engineer Datamon im DATS-Center dort bekommt man dann eine Daily Quest Appearance of a Giant Machine dann bekommt man eine Giant Machine Summoning Device also ein Giant Machine Summoning Device das ist dann quasi die Summon Card damit geht man dann in den D-Terminal Underground Summon Square im DATS-Center dann natürlich und ja, beschwört das Strongest Giant Machine Mega-Gargomon also dann in dem Fall das neue Awaken und da muss man das besiegen um die Quest abzuschließen und wenn man die dann abgibt bekommt man ein sogenanntes Datamons Gift und dieses Datamons Gift oder Datamons Geschenk halt auf Deutsch übersetzt ergibt einem dann entweder beim Öffnen 20 Delicious God Bananas oder 3 Random Buff Boxen plus 50% oder 5 Mid-Class Data Boxen oder 3 Fruit of the Goddess oder 4 Backup Discs und da hier keine Peers dabei sind ist das natürlich komplett optional wenn man das mitnehmen möchte oder nicht aber gut dann kommen wir mal weiter dann gibt es Event Nummer 3 Cooking for a Feast da haben wir dann den NPC Cooking King Lemina in DATS-Center dort bekommt man dann zwei Daily Quests einmal die Daily Quest Cooking for a Feast Nummer 1 und Daily Quest Cooking for a Feast Nummer 2 hier ist es allerdings dann so dass man wenn ich das richtig verstehe genau da muss man zwei unterschiedliche Sachen dann erledigen für die Daily Quest Cooking for a Feast Nummer 1 muss man 20 Black Peas und Shellfish zusammensammeln diese droppen von bösen Digimon auf Five Island Maps und wenn man diese Quest abgeht bekommt man 15 EP und eine Confused Food Box und aus der anderen Daily Quest bekommt man wenn man 20 Bananas und Cherries zusammensammelt von bösen Digimon in Server Continent dann am Ende ebenfalls 15 EP und eine Confused Food Box und aus dieser Confused Food Box bekommt man dann random raus entweder 10 Minas Hartfeld Cousine oder 20 Dish That Looks Delicious und das sind dann unterschiedliche Items also das eine dieses Minas Hartfeld Cuisine ist in dem Fall ein 25% HP und 25% Digi Soul Recovery Item und das andere Dish That Looks Delicious füllt 1000 HP und 1000 Digi Soul auf und ist damit schlechter glaube ich als eine normale Chicken Combo hm also gut wenn man das hier untere rausbekommt der Dish That Looks Delicious dann werden das höchstwahrscheinlich die meisten Leute einfach wegschmeißen und das andere ist in dem Fall das was man dann aufheben möchte dann haben wir noch Event Nummer 4 mit dabei Preparation for a Fun Feast da gibt es dann den NPC Preparing for the Feast ähm Kelvimon ich gehe mal davon aus dass das Kerubimon sein soll im DATS Center dort bekommt man dann eine DeliQuest Preparation for a Happy Feast und dafür muss man dann ähm 20 sogenannte Geschenkboxen oder Giftboxes zusammensammeln indem man böse Digimon in Shinjuku besiegt auch including die D-Reaper Maps also in dem Fall ist das nicht nur das normale Shinjuku sondern auch die Shinjuku D-Reaper Maps sind damit einbezogen egal wo man hingeht bei denen böse Digimon besiegt bekommt man diese Items dann gedroppt und wenn man diese Items dann abgibt also die Quest abgibt bekommt man 10 EP und eine Gift for Tamer äh und ein Piece of Blue Moon und dann gibt es noch den NPC Full Moon okay das ist dann dasselbe der im Moment auch dort steht NPC Full Moon Sakuyamon und da kann man dann mit diesen Gifts äh for Tamers dann sich verschiedene Sachen craften also mit einem Gift äh for a Tamer kann man sich dann 20 Gold Bananas craften mit 3 von denen kann man sich 10 Delicious Gold Bananas craften mit 5 Stück 3 Backup Discs also da fängt es dann schon eher an sich dann ein bisschen zu lohnen 7 ähm davon ähm werden benötigt um eine Random Reinforced Digi-Clone Box D bis S beziehungsweise ne 5 Stück davon in dem Fall also 5 Random Reinforced Digi-Clone Boxen D bis S zu craften und das was man in dem Fall denke ich mal am meisten hier raus haben möchte sind in dem Fall das was man für 10 von diesen Gift Fortamers dann rausbekommt wenn man das zum craften verwendet und zwar eine Random Magnetic ID Karten Box für 15 Tage in dem Fall dann haben wir noch Event Nummer 5 mit dabei Feast Invitation Delivery da gibt es dann den NPC Public Relations Manager Etymon im DATS Center dort bekommt man dann eine DeliQuest Deliver Banquet Invitation dann bekommt man drei sogenannte Invitations mit denen man dann zu verschiedenen NPCs ähm gehen muss und zwar muss man einmal zu dem NPC in Yokohama Village den Device Merchant hingehen da müssen wir dann auf unsere Notiz warten ähm wie der heißt ich ah man wie hieß denn der alte Mann aus Data Squad nochmal mit äh Kamemon als Partner der ist damit in dem Fall ja gemeint gehe ich davon aus dann haben wir den NPC in Village of the Beginnings und zwar den D Terminal Operable Elegmon und dann zum Abschluss noch den NPC in Infinite Mountain Black Gear Shop Angemon also man muss einmal zu dem Angemon in Infinite Mountain zu Village of the Beginning Elegmon und dem Digi Vice Merchant ähm dem Partner von Kamemon dann in Yokohama Village und das Item das Quest Invitation Item auf diese anwenden also einmal den NPC anklicken rechtsklick auf das Item im Inventar und dann gilt das für die Quest und dann bekommt man wenn man das alles erledigt hat und die Quest dann endgültig abgibt dann 10 EP für das EP Crafting System dann haben wir noch Event Nummer 6 mit dabei Hungry Beelzebumon also Hungry Beelzemon da gibt es dann den NPC Fullmoon Sakuyamon auch weiterhin dann im DR Testcenter bei ihr bekommt man dann die Daily Quest Hungry Beelzemon dafür muss man dann ein Hungry Beelzemon in Yokohama Village besiegen das wir dann irgendwo auf der Map dann einen festen Raid Spawnpunkt haben und wenn man das Ganze dann erledigt hat bekommt man 10 EP und das Red Moon Fragment welches benötigt wird um die Seals weiterhin zu craften das Hungry Beelzemon spawnt in Yokohama Village wie immer 24 Stunden lang und zwar in dem Fall genauso wie das Moon Millennium Mon aktuell 20 Minuten nachdem es besiegt wurde und das pro Channel und jeder der an dem Raid Teilen bekommt 10 Gold Bananas zusätzlich an dem das für die Quests dann gilt dann haben wir noch Event Nr. 7 A Walk Away With A Cool Breeze da haben wir dann in dem Fall wieder ein XP Map Event und dieses Mal ist das sogar einigermaßen gut da wir jetzt auch die erhöhte Level Cap haben genauso wie auf Car Demo geht das Ganze in dem Fall bei in denen Level 60 Level 60 bei den ersten beiden Gegner und dann die restlichen Gegner sind alle Level 100 das heißt bis Level 130 sollte man da auf jeden Fall ganz gut leveln können die Zeiten gut dann müssen wir natürlich abwarten wie die Zeiten dann bei uns sein werden aber in dem Fall ist das zumindest deutlich besser als in der Vergangenheit jetzt wo wir auch die erhöhte Level Cap haben bis Level 140 kann man in dem Fall leider nicht leveln aber das kann man ja auf anderen Maps in dem Fall dann ganz regulär dann noch fertig machen oder mit Daily Questen so dann haben wir noch Event Nummer 8 das EP Exchange Event da haben wir dann dasselbe wie aktuell auch noch also da gibt es weiterhin die Seals of Sincerity wo man dann HP bis HP plus 150 dann maximal hier bei 3000 dann bekommen kann also das ist in dem Fall eine Fortsetzung von dem aktuell noch laufenden Event und bei Event Nummer 9 Support from DATS Headquarters gibt es dann am Montag bis Freitag und auch dann natürlich Samstag und Sonntag dann für 3 Stunden 3 Fruit of the Goddess 2 Random Midclass Data Boxen und 1 Mysterious Mercenary Digi Egg Level 4 bis 5 und Samstag und Sonntag für 4 Stunden gibt es dann 3 Fruit of Yggdrasil 1 Super Amplification Booster plus 1000% für 1 Stunde und 1 Random Hedge Backup Level 4 bis 5 und ansonsten wurde auch noch bei der Demon Natural Attribute Arena dort was angepasst und zwar wurde da angepasst dass man im Ranking erst dann anscheinend berücksichtigt wird wenn die Punkte ja endgültig feststehen ok mal schauen wie sich das dann ausspielen wird sobald die Element Arena dann zu uns kommt so dann haben wir natürlich noch die Cash Shop Sachen die reingekommen sind angefangen in dem Fall mit dem Premium Data Summon Legend in diesem Fall sind reingekommen dort Resistance Data Omega Mon Beta also das für Omnimon X Inferium Vicious BD also das für Darkness Bagramon und das Sealed Zero Unit Necklace mit in dem Fall WMA 5 Optionen und die restlichen Sachen sind dieselben wie immer und wie immer natürlich gilt bei den beiden Tradebarer Pity von 100 und Charaktergebundene Pity von 70 Zero Unit Necklace wie immer die Stats sind hier dann aufgelistet und genau dann gibt es noch den zusätzlichen Data Summon Legend der reingekommen ist das ist wieder der Digivice Box OT Series Legend Summon dieser hat wie immer eine Pity von 150 und da sind die besten Sachen die man rausbekommen kann natürlich entweder das namensgebende OT Series Digivice Sealed Digital Hazard Necklace oder in dem Fall dann Gehenna und natürlich ist dann auch wegen dem Mega Gargomon Awaken dann Data Summon Ticket Epic dann jetzt Mega Gargomon reingekommen in dem Fall wie immer man braucht ein Epic Ticket pro Summon Matrix Evolution Mega Gargomon hat eine Chance von einem Prozent pro Summon rauszukommen und die garantierte Pity ist dann spätestens bei 100 also Confirmed Reward Value ist dann bei 100 also nach 100 Summons bekommt man es dann spätestens garantiert wenn man es vorher nicht gezogen haben sollte oder wenn man es vorher gezogen haben sollte man die Pity dann trotzdem voll macht dann haben wir noch die Nummer 4 hier das sind wieder die Highest Skill Memory Capsules sind wieder reingekommen in Attack Defense und Support jeweils für 69 Crown pro Stück dann ist auch der Ride Mode reingekommen Saint Wing für Mega Gargomon Awaken in dem Fall kostet der auf Cardimo 34 Crown aber bei uns wird der dann wie immer die 48 dann kosten dann gibt es auch noch das Mega Gargomon Super Advent Package das kostet 198 Crown und beinhaltet Terriamon Digi Egg Level 4 bis 5 Patchback Up Level 5 in dem Fall 2 Stück ein Reinforcete Digiclone Package 10 Beast Mid-Class Datas und 40 Beast Low-Class Datas dann ist auch wieder das Rapid Transcendence Package im Sale mit dabei mit 3 Rearmon Level 4 bis 5 für 149 Crown plus 10 Mid-Class Transcendence Convertible Exchange Coins einer Experience Sapphire Box Level 100 und 20 Fruits of Homeostasis und dann haben wir noch den Limited Sale of Reinforced Digiclone Package also da kann man das Reinforced Digiclone Package auch separat erwerben für 189 Crown beinhaltet dann 3 Reinforced Digiclone S A B C und D jeweils und 20 Backup Discs und der letzte Sale der reingekommen ist sind noch die Flutes of Homeostasis da kosten in dem Fall 1 plus 1 also 2 Stück 8 Crown 10 Stück 40 Crown und 20 Stück dann 80 Crown und ja soviel auf jeden Fall zu den neuen Sachen die reingekommen sind schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare was ihr denn von den neuen Events und Updates in dem Fall haltet ich freue mich dass es endlich mal wieder ein neues Digimon gibt auch wenn ich persönlich das höchstwahrscheinlich skippen werde und auf Sakuya Monchini in dem Fall dann warte und die kleinen Improvements sind auch wieder schön und gut die Events sind natürlich wieder die typischen EP Events aber ja schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare was ihr denn von den ganzen Sachen haltet lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da wenn euch das Video gefallen haben sollte abonnieren nicht vergessen wenn ihr zum ersten Mal dabei seid und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder haut rein ciao ciao